Ich begrüße euch herzlich heute am 31. Dezember 2018. Heute ist Silvester. Wir schließen Jahr 2018 ab und ich möchte mich bedanken für euren Interesse. Ich möchte mich bedanken, die Aufträge, auch die Abonnenten und die viele, viele Loge, was ich dieses Jahr schon erhalten habe. Und ich wünsche euch alle einen guten Rutsch und ein gesundes, glückliches Jahr 2019. Ich möchte noch meine Kanäle vorstellen. Ich habe insgesamt jetzt sechs Kanäle. Denn dera Susanna Medici, da läuft die tagtäglichen Tageshoroskop nach vedischen Astrologie. Dann orientalisches Liebesorakel. Da kommen Legungen, Düfte, Traumdeutung und Kaffeesatzlesen. Dann venezianisches Liebesorakel. Beratungsvideos, Wunschpartnerliebesorakel, Wochenende Liebesorakel, Pendelorakel und viele, viele Legungen von meinen Legesystemen. Dann Meisterin des Kartenlegens. Dort könnt ihr lernen, die Kunst des Kartenlegens und bekommt ihr auch Legungen und wohnende Liebesorakel und Runen. Engel, Liebesorakel. Da kommen die Engelbotschaften nach Kabbalah. Und mein neuer Kanal heißt Fernöstliches Liebesorakel. Da kommt chinesische Astrologie, Liebesorakel, Wochenende Liebesorakel, Tempelorakel, die sogenannte Bambusorakel und Yijing. Seid ihr herzlich willkommen zu meinem neuen Kanal Fernöstliches Liebesorakel. Ich wünsche euch nochmal alles Gute, alles Liebe für Jahr 2019 und ich freue mich auf euren Besuchen. Weiterhin euren Dendera Susanna Medici. Dendera Susanna Medici.